Und da wird die Nachspielzeit angezeigt, eine Minute gibt es noch obendrauf, gut verteidigt, da haben sie den Ball, gut gemacht, Chance zur Führung, Tor, da zieht er ganz genau in den Pfosten und drin. So, nochmal die Wiederholung, die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen, was für ein Ball verloren.